Die Krutale sind noch ein gutes Beispiel für Mono zu Stereo. Das weiß ich noch. Auch wieder Tramillator. Ich mache mal ganz kurz die Plugins aus. Also so kam der Sound zu mir. Leicht, ganz leicht off-center gepannt. Aber im Grunde Mono. Sehr spiky, sehr 3 kHz, glöckchenartig. Und was ich dann halt draus gemacht habe. Ich zeige euch kurz die Plugins. Ihr könnt pausieren, wenn ihr wollt. Über Soothe erstmal das Glöckchenhafte, diese Resonanzen gezogen. Dann über sowohl Width als auch Mono Spread. Einfach für Breite in dem Mono Sound gesorgt. Und danach mit dem EQ noch einzelne Dinge gezogen, die ich ziehen wollte. Also sprich so ein bisschen diese Sprachverständlichkeitsrange hier zwischen 2k und 7k. Eine Resonanz scheinbar bei 4200. Und danach gibt es dann sogar noch einen Transient Designer von Isotope Neutron. Kleines bisschen mehr Attack, kleines bisschen Sustain runter. Damit der Sound ein bisschen artikulierter wird. Danach noch ein Tramillator, der ist ganz, ganz leicht. Hier, also One Bar bei 120 BPM ist eine super leichte Bewegung, die da entsteht. Die Tiefe ist auch nicht wirklich da. Das bricht nur so ein bisschen das Statische auf und sorgt für etwas mehr Stereo. Und dann gibt es nochmal hier auf Minus 10 jeweils ein bisschen Short und Long Reverb. Für ein kleines bisschen mehr Dimensionen links und rechts. Und dann haben wir halt dann im Vergleich noch einmal kurz Dry. Haben wir danach dann den Sound hier. Also da ist wirklich Platz gefüllt. Und im Grunde ist er noch in derselben Position, der Sound. Gerade wenn die anderen Sounds auch da sind, fällt gar nicht so auf, dass der so breit geworden ist, in Anführungszeichen. Aber er füllt halt ein kleines bisschen mehr Leinwand. Ich denke wirklich, ich denke tatsächlich, gerade weil ich natürlich auch das Bild hier über den Lautsprechern sehe, ich denke wirklich in Leinwand. Links fängt sie an, rechts hört sie auf. Und wir können halt all diesen Platz nutzen, um die Musik zu positionieren. Genau, und da sehe ich dann halt auch immer Chancen. Im Kern ist der Sound derselbe geblieben. Er nimmt einfach nur ein kleines bisschen mehr Platz ein. Strings hier vielleicht am Ende diese Ziehtöne. Genau, ohne Processing, also ein kleines bisschen EQ und Max-Bass auch wieder für untenrum ohne Processing. Ne, sehr knackig, sehr trocken. Bisschen Reverb, bisschen Max-Bass und halt hier Frequenzkontrolle in der Mid-Range. Ganz oben das Top-End abgesenkt, was so ein bisschen brittle kommt. Ne Resonanz bei 70 Hertz. Und dann Sub angehoben bei 20 Hertz. Ja, Entschuldigung hier, 3 dB. Also da ist EQ-mäßig schon ein bisschen was los. Genau, und es gibt einfach ein ganz leichtes Tail, damit es ausschwingt. Es gibt ein kleines bisschen mehr Definition oben, ein bisschen weniger was vom Nasalen. Und dann unten halt diesen Body, der dann für diesen Schub und diese Wärme sorgt, wenn dieser Core sozusagen da dieses Element noch dazu bekommt. Ja, ich finde, der EQ, der macht schon viel aus. Also der macht das Ganze nochmal so ein bisschen klarer irgendwie und legt den Fokus nochmal drauf. Oder die Lupe auf die richtigen oder wichtigen Bereiche einfach. Genau, also es ist immer die Überlegung, welche musikalische Funktion oder auch dramaturgische Funktion hat der Sound und wie kann ich das noch ein bisschen mehr freilegen? Wie kann ich die Wärme noch ein bisschen mehr reinbringen? Wie kann ich die Trockenheit und dieses Nahl noch ein bisschen mehr herausarbeiten, ohne dass es nervt? Das ist ja immer die Aufgabe so ein bisschen bei allem, was knackig ist und was vorne sein soll. Weil es soll zwar präsent sein, es geht sehr leicht, wenn man viel Midrange drin lässt zum Beispiel, aber das fängt natürlich auch irgendwann an zu nerven. Also wie schafft man es, diesen Bereich präsent zu halten, aber halt eben nicht zu nerven, zu stören, den Dialog zu stören? Weißt du, wo Dascha aufgenommen hat? Also jetzt hier ganz konkret weiß ich, für den Schwarm hat sie explizit nicht aufgenommen. Es gab keine Recording Sessions für den Schwarm. Was sie halt immer macht, sobald sie aufnehmen geht für Projekte, bucht sie sich selber immer Sessionzeit und hat einfach selber Samples für sich. Und die arbeitet sehr collagenhaft und sampelt dieses Material dann, pitcht es durch die Gegend und verfremdet es. Und ja, also diese Aufnahme, die da jetzt ist, weiß ich gar nicht, welche Session sie da für sich gebucht hat, welches Studio das ist oder so. Ich bekomme das immer dann nur mit, wenn es am Ende bei mir auf dem Tisch liegt. Ja. Genau, aber das spielt natürlich mit in ihre Philosophie rein, von der du sprichst. Ja. Sie wird selten, seltenst, wird sie MIDI-Strings verwenden. Sie versucht sozusagen bei jeder Gelegenheit, wo sie aufnehmen ist, nimmt sie sich Zeit für sich und bucht Zeit und produziert das für sich und verwendet das dann, damit halt einfach dieser Production-Value möglichst hoch ist. Das ist unheimlich effektiv. Das sind hier 1, 2, 3, 4, 10, 13 Spuren. Mhm. Das ist schon saukool. Genau, ich habe jetzt dann nochmal ein deutlich aufwendigeres Beispiel da mitgebracht, das ist die Whale-Attack aus der Episode 1. Da reden wir dann von ein paar mehr Spuren, da können wir dann gleich nochmal reingehen. Aber vielleicht wäre es nicht uninteressant, einmal kurz über diese Mischanlage zu reden. Also sprich, wir haben uns mit, wir haben uns mit, zu Anfang des Projekts, zum Anfang vom Schwarm mit Gregor Bonze abgestimmt. Das ist der Re-Recording-Mixer von dem Projekt gewesen. Ganz toll, ganz tolle Zusammenarbeit, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ein wahnsinnig guter Typ. Und Gregor hat, wir haben uns ein bisschen darauf geeinigt, okay, wie machen wir das, liefern wir dir irgendwie Surround an. Wir haben nichts diskret in Surround produziert. Und dann hat er halt gesagt, ja, nee, liefert alles in Stereo, weil dann ist es gleich objektfähig für mich. Und dann mache ich die Positionierung im Atmos sozusagen. Dann brauche ich allerdings die, brauche ich natürlich das ganze Material früher und ich brauche es relativ deutlich aufgestemmt. Das heißt, pro Musik hatten wir zwölf Stems. Die kann ich einmal ganz kurz vorlesen. Also wir hatten Strings, High, Low, Voices, High, Low, Metals, SFX, also Metal-Sounds und Sound-Effekte. Dann Perk, High-Low, also hohe und tiefe Percussion. Synth, High, Mid und Low. Und dann noch zwei Extra-Stems, die dann einfach frei belegbar waren mit Sounds, die halt eben nicht in dieses Raster reingepasst hatten. Oder die man halt im Stemming oder im Zugriff freilegen wollte. Das heißt, pro Musik einfach grundsätzlich zwölf Stems oder bis zu zwölf Stems und ein Stereo-Mix. Und das hat wirklich fantastisch funktioniert mit Gregor. Der hat echt einen tollen Sound gemacht. Ich habe ja die Kino-Premiere da auf der Berlinale gesehen, jetzt die ersten drei Folgen. Und konnte da demnach das komplette Surround-Programm genießen. Ja, das hat einfach als Workflow super gut funktioniert. Natürlich ist das nicht immer so, also je nach Produktion entscheidet man das anders. Vor allem, wenn es halt diskret für Atmos produziert ist, also auch Mikrofone im Raum sind, die entsprechend die ganzen Positionen mit abbilden. Jim Knopf ist ein gutes Beispiel. Das ist natürlich in 7.1.2 angeliefert worden, weil wir es halt auch in 7.1.2 aufnehmen konnten. Ja, ich hatte nämlich auch in einem Bericht gesehen oder gelesen, wo es um die letzten Arbeitsschritte ging, dass, ich weiß nicht, ob es der Regisseur oder Re-Recording-Mixer war, an einer Stelle gesagt hatte, dass er von der Musik, ich glaube, irgendein Element am Ende nicht haben wollte. Und dann ist natürlich wirklich der Vorteil, wenn man mit den Stems arbeitet, dass man, wenn man nachher die Mischung hat, auf einmal merkt, da an der Stelle hätten wir gerne die Kontrabässe leiser oder gar nicht oder was auch immer. Das ermöglicht dann ja wirklich, wenn du die Stems dementsprechend ausspielst. Voll. Also, ist mega wichtig, immer so, eigentlich, ich würde fast sagen, so viele Stems natürlich wie Sinn machen, ja, aber auch so viele Stems wie möglich gleichzeitig, ja. Weil dieser Zugriff, der lohnt sich fast immer. Und wenn es am Ende nicht in der Filmmischung relevant wird, wird es dann halt bei der Kompilierung des Soundtracks zum Beispiel relevant. Das hat jetzt hier die ganzen Musiken so genommen in den 12 Stems, so wie sie waren. Und dann damit halt die Compilation gemacht für den Soundtrack. Und aufgrund der Stems konnten wir dann halt einfach musikalisch ganz anders schneiden, konnten die Stücke raffen. Man hat ja manchmal halt irgendwelche sieben, achtminütigen Stücke, wo dann ein gewisser Vorlauf vorne ist, der einfach auf dem Soundtrack dann ein bisschen langweilig ist oder so, der einfach szenisch sehr gut funktioniert. Aber für sich gehört dann eine gewisse Länge entwickelt. Das kann man dann alles raffen, kann wunderbar zwischen den Stems hin und her schneiden. Das ein oder andere Stück Musik, was dann aus der Filmmischung noch angefordert wurde, weil hier halt doch ein bisschen Musik toll wäre, konnte Dascher dann sogar halt aus Stems dann schneiden. Also Stems grundsätzlich zu haben und damit ja auch sein Projekt zu archivieren, ist eine total schlaue Sache. Und für den Dubmix sowieso. Man darf nie vergessen, das, was wir hier machen, dient ja oder ist ein kleiner Teil eines großen Prozesses. Und bis es zu dem Zeitpunkt kommt, dass ich hier sitze mit der Dascher oder mit wem auch immer und an einer Filmmusik arbeite und diese letzten Schritte tue, bis dahin hat der oder diejenige so viele Runden mit Regie und Produktion gedreht, dass diese Musik approved ist, dass die meisten schon auf dem Stand sind, so darf das jetzt zu hören sein und möglichst halt nicht mehr anders. Also auch ich habe ja eine Rolle. Ich möchte natürlich Sound gestalten und irgendwie einiges dazu beitragen, darf aber natürlich im Kern die Musik nicht verändern. Ja und auch eine Filmkomponist oder eine Filmkomponistin muss sich sehr bewusst sein, dass das, was sie als Layout die ganze Zeit schon der Produktion, der Regie anbietet, dass das meistens für bare Münze genommen wird und dass das die Grundlage der Entscheidung ist. Und da darf man dann am Ende noch fünf bis zehn Prozent Ear Candy drauf machen. Oder wenn man natürlich eine Midi-Produktion hat und dann Orchester aufnehmen geht, dann wissen alle Beteiligten schon, okay, das ändert nochmal ganz schön was von der Emotion und so. Das sind dann so bestimmte Beispiele, wo das klar ist, dass im Sound noch viel passiert. Aber jetzt bei so Dingen wie hier beim Schwarm, da macht man halt diesen kleinen Step forward, macht es alles noch ein bisschen, platziert es alles noch ein bisschen mehr, macht ein bisschen mehr Höhen, ein bisschen mehr Bessel. Aber im Kern muss es dieselbe Musik bleiben, es müssen dieselben Verhältnisse bleiben. Weil sonst ändert man halt was an der Funktion im Film und man irritiert halt in diesem super, super wichtigen und ja auch schwierigen, psychologisch schwierigen Prozess einer Filmmischung, wo das Ding nach Hause gebracht werden muss. Das ist der Moment, wo alles zusammenkommt. Wenn man da für Irritationen sorgt, weil irgendwie plötzlich die Musik ganz anders funktioniert, da kommt man in Teufels Küche unter Umständen. Es gibt Momente, wo man Varianten anbietet oder Optionen anbietet, die radikaler sind. Aber meistens ist es ja so, dass man die Vision einfach weiterträgt und die Musik nicht zu stark ändert und einfach nur dafür sorgt, dass sie, also nur dafür sorgt, dass sie in Surround gut klingt, dass sie mit dem Dialog gut klingt, dass das ein oder andere Verhältnis vielleicht noch mal ein bisschen besser ist und dieselbe Wirkung erzielt. Das sind so die Aufgaben. Seltenst hat man den Fall, dass man das wirklich von vorn bis hinten total umkrempelt oder so. Das war der sechste von neun Teilen. Im siebten Teil geht es um 5.1, 7.1 und den Unterschied einer Mischung für TV oder Kino. Das Ganze kannst du übrigens nicht nur sehen, sondern auch als Podcasts hören auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und vielen weiteren. Dort findest du viele weitere Interviews mit anderen Komponisten wie Tina Pepper, Dasche Daunhauer, Anka Trindern, Dominik Scherer, Alex Komleff, Andreas Weidinger, Christoph Zierengebel, Michael Klobertanz, Steffen Thum und vielen anderen. Da es schon über 400 Folgen gibt, gibt es ein kostenloses Archiv-PDF, in dem du ganz einfach nach deinen Folgen, Komponisten und so weiter suchen kannst und bekommst sofort den Link. Wenn dir dieses Format oder Video gefällt, dann würde ich mich sehr über deine Unterstützung freuen, denn es braucht sehr viel Zeit und Arbeit, die Folgen aufzunehmen, zu editieren und zu veröffentlichen. Unterstützen kannst du mich mit einem Kommentar, einer Weiterempfehlung des Kanals, des Podcasts oder dieses Videos und du kannst mir auch einen Cappuccino spendieren. Alle Links dazu findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, ciao!